Ey, was ist denn das? Casting-Show. Casting-Show kann man machen, sage ich. Ja, ja, das Casting-Show, das Casting-Show. Okay, Casting-Show. Boah, da bin ich gut. Oh Gott, jetzt brauche ich erst mal einen guten Tresen. Warte mal, was kann man denn nehmen? Ich habe eine Vision, okay? Ich habe eine Vision. Ich auch, ich auch. Das ist schön. Äh... Ja, Tops hat keine Vision. Sowas wie Deutschland sucht den Superstar, Germany's Next Topmodel. Ah Gott. Ich hab bloß auf mit dem Mist, ey. Das ist alles... Also, tut mir leid, aber das ist zum größten Teil... Ja, klar ist das Mist, aber... Du meinst doch, du wolltest ja schon immer mal hin. Wolltest du bei Germany's Next Topmodel mitmachen, Tops? Oh Mann, doch nicht sagen, Ronja! Oh, sorry. Sieg mein von dir! Das darf man nicht sagen! Ey, immer nur Deutschland. Was ist mit Österreich? Äh, ich weiß nicht, gibt's... Oh, Österreich ist nicht das nächste Topmodel? Das klingt falsch. Austria's Next Topmodel, oder? Gibt's das? Jetzt mal ohne, aber jetzt gibt's das? Oh, okay. Das ist gar nichts gewonnen, glaube ich. Wie ist dieser Mann, der eine Frau ist? Ja, du weißt schon. Diese Sänger. Aber das ist Eurovision Song Contest, oder? Ja, das war... Oder war der Song Contest? Nee, keine Ahnung. Song Contest. Das ist jetzt meine Bühne. Der ist die beste im Hütten-Gaudi. Ja, komm, ja. Dann machen wir jetzt Vorhänge. Äh... So, zack, zack, zack. Gibt's irgendwas, was roter Stoff ist, was keine Wolle ist? Dann werde ich Helene Fischer treffen, okay? Dann würde ich ja sagen, was ihr über sie gesagt habt. Hä? Ich mag Helene Fischers Musik nicht. Immer wenn wir zum Paraoke gehen, weil meine Freunde Helene Fischers Musik singen. Sie mag wahrscheinlich deine Musik auch nicht. Ey, mach keine Musik! Ja, deswegen ja vielleicht. Das ist schon das Problem. Das ist das Problem. Ach, Mann, ey. Guck mal, der will sich hier einschleimen. Ich kenn das, wenn ich Hunger hab. Und dann will ich meistens was essen. Wie geht's dir so, wenn du Hunger hast? Ich weiß nicht, dann fang ich mal an, irgendwelche Menschen anzuschreien. Meistens sind es dann Rentner oder so. Äh... Ja, weiß ich nicht. Die schreie ich dann einfach an und das ist dann einfach so. Okay, okay, okay. Ja? Ich hab geschrieben, er schlickt Hubs duft und eine Antwortet nach Code. Oh, sorry, ich sollte darüber nicht lachen. Das ist natürlich kindisch. Und gemein. Okay, warte, warte, warte. Äh, bau ich schon einen Vorhang? Ja, aber nicht meine Idee, Clown. Zu spät. Ich hab's schon ge-gecalled, dass ich einen Vorhang baue. Du darfst jetzt keinen Vorhang mehr bauen. Schade, Florian. Oh, genau, Gonyan. Einen Vorhang, danke, dass du's mir sagst. Ich baue hier einen Vorhang. Ah, ich bin gefallen. Haben wir eine Russen hier? Warum? Warum wird das gefragt? Keine Ahnung, Gonyan. Das ist eben so. Dann musst du dich... Das sind solche Sachen, dann musst du dich abfinden. Priviert. Oh. Ah, okay, okay, ich muss wirklich weiterbauen. Sorry. Ich will mich jetzt nicht abbrechen. Was ist von euch hier? Äh, pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp Ich bin, also ich habe jetzt leider ein schlechtes Material für den Vorhang gewählt, aber jetzt ist es zu spät, jetzt habe ich committet. Jetzt kann ich das nicht mehr ändern. Es ist vorbei. Ja, ich mache jetzt so eine Jury hier. Ja, und ich mache da so ein Schwein, Zombie und alles mögliche. Alles klar, notiert, Schwein, Zombie. Tops, machst du auch ein Schwein und Zombie? Ja, ich mache auch. Das ist eine gute Idee, das ist ziemlich original. Ich glaube, das macht kein anderer, oder? Außer uns beiden? Ja, ich finde das eigentlich, hey, das ist eine voll gute Idee. Warum hast du nicht eher so etwas gesagt? Ja, lass uns das beide machen, oder? So ein Schwein, Zombie vielleicht? Ja, so, so, so. Aber dachtest du nicht eher so Zombie, Schwein, Fleisch? Nee, warte, Zombie, Fleisch. Okay, okay. Wir können mal etwas Besseres. Ja, was denn? Ja, würde mich auch mal interessieren, was denn? Ja, das kommt, Flo. Das wollte ich euch nicht sagen. Wieso denn nicht? Wir sind doch Freunde, Flo. Ja, warum hast du Geheimnisse vor uns, Flo? Ja, genau. Ich finde, also, es ist doch jetzt hier ein Vertrauensverhältnis, oder nicht? Ja, ne, genau. Finde ich auch. Ich finde, wir sollten da auch einfach mal, weißt du... Wir sollten uns lieber mal weiterfahren, statt zu sich herumdrehen. ... gegenseitigen Input geben. Ich suche gerade, du hast ein Menü. Ja. Ach ja. Und ihr so? Ich suche auch, was ist ein Menü. Oh, okay. Was ganz... Ich wollte es gar nicht sagen. Genau. Ich glaube, sie läuft so. Ich suche eine Freundin in dem Menü. Ja, also, ich tue mal Freundin ein. Also, ich kann FR eingeben, da kriege ich wenigstens noch ein Frame oder ein Buch, aber... Und dann lacht es leider im Blank. Wenn ich den eingebe, dann kriege ich leider nichts wirklich. Also, das ist dann leicht deprimierend, weißt du. Das ist schade, das ist schade. Ja, aber keine Ahnung. Dann machst du auch manchmal nichts. Es gibt keine Stühle. Wie baut man denn normalerweise Stühle? Holz. Ich weiß, du bist schade, aber das zeig ich dir nicht. Wir sind Freunde, Flo. Ich schubst dich sowas von runter. Ja. Ich würde mich lieber anketten, wenn ich du wäre. Boah, wenn du dich so machen beim Kletterpark. Ja, ich glaube, das muss man sowieso machen beim Kletterpark. Also, sollte man, wenn man nicht geschubst werden will. Und wann macht ihr dann Karaoke? Wann machen wir dann Karaoke? Ich weiß es nicht. Auch dort bei den Karaoke, oder? Wir machen auch Karaoke, aber privat. Nicht als Video, oder? Ich hoffe, aber auch bald. Wir sind in Video. Bald. Wirklich bald. Es wird passieren. Sicher. Ja, genau so. Genauso sicher wie bei mir, wenn Minecraft Luna wiederkommt. Genau so sicher wie bei dir. Ja. Luna. Ach, Luna. Ah, dein erfolgreiches Projekt, ein Klassiker. Kennst du das? Ich habe nur die Geschichte gehört. Beste Minecraft-Track. Das ist einfach, ja. Ja. Ja, lass mich. Also, weißt du, da wurde mir gesagt, das schaut man sich einfach immer wieder gerne an. Ja, das habe ich schon mitgekriegt. Die Leute, die wollen das. Die Leute, die fragen richtig danach. Tops, wann geht's weiter mit Minecraft Luna? Wieso kann ich den Button... Die Storyline war so spannend. Die, die, die lassen mich den Button nicht gleichieren. So, jetzt brauche ich hier noch so eine Art, äh... Ja, bei mir ist es auch Dieter Bohlen, als Villager. Ich habe leider noch kein... Oh, nein. Dieter geht Bohlen? Ich habe leider noch keiner Dings. So, warte mal, wir machen jetzt hier noch so eine Art Teppich, der nach vorne kommt. Oh, nein, da ist Teppich, er luft, das ist nicht gut. Was singst du denn da Schönes? Ja, ich weiß nicht, äh, ich weiß, das ist auch irgendeine Krimiserie, glaube ich. Okay. Oh Gott, ey, ich weiß nicht, was ich mal... Meins sieht schon bis jetzt einfach absolut überreinend aus. Ich habe noch dreieinhalb Minuten, jetzt muss ich Charaktere machen. Äh, ich glaube, da hatten wir uns ja geeinigt auf, ich glaube, ein Zombieschwein? War da nicht was? Ja, genau, ich mache was anderes. Das ist eine gute Idee, oder? Die haben wir, äh, keine Ahnung, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, das ist... Wie kann ich den denn bewegen, den NPC, wenn ich mal freuen will? Äh, du schreist ihn an. Rechts klicken und dann... Nee, du musst R drücken und dann musst du sagen, bewegen. Look at me. Komm mit. Komm mit. Komm mit. Probiert das jetzt jetzt ernsthaft? Nein, mit, look at me so, dass er sich anzieht. Äh, wir müssen die spawnen und da machen. Äh. Warte, wird dir da die Zeit, das war knapp? Nein, mir wird die Zeit nicht knapp. Das ist doch gut, weil mir wird sie auch nicht knapp. Das freut mich. Ah, ba, 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 ba. Das freut mich wirklich für dich, weil wir als gute Freunde sollten ja auch einander anfeuern. Oh, ich muss auch so ein Publikum machen. Ja, ich bin auch noch ein Publikum dran, richtig, die Idee ist mir selber gekommen. Dann, ba, ba, ba. okay ich mache das man muss geduldig sein so was erfordert perfektion so was passiert nicht einfach von alleine das ist ja wohl klar jasmine ist cool sie zwingt mich das zu sagen okay alles klar grüße gehen raus wer auch immer das sein mag jetzt habe ich jetzt habe ich doch richtig also jetzt habe ich den mpc weil ich hier der nächste ich bin ich bin hier alle projekte dran das ist der hier guck mich an okay publikum wird bei mir wahrscheinlich nix aber egal obwohl anderthalb minuten das könnte noch was werden das könnte ich meinst du was sagst du denn meinst wird klasse sein jetzt habe ich die frau weil es gibt immer eine frau in der jüri die sitzt immer rechts normalerweise wäre sie blond aber ich habe keine blonde gefunden auf die schnell deswegen haben wir jetzt kleopatra genau kann ich nicht so jetzt kommt irgendein geräusch jetzt brauch ich jetzt brauchst du warte 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 mir jemand geschrieben wie das hieß ich brauch diese laterne damit es leuchtet eine laterne mit mir hallo bei flo leuchten niemals die stirn und so stinkt mehr als ihr 40 sekunden oh mein gott ok jetzt noch mal schnell Partikel einfach an ja ist ein hahn wenn ich jetzt gecopy striket werde deineswegen dann so war hier dann gibt es hier stress ja oh god so zack 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 es wird wunderschön schrölicher dorfbewohner mache ich hier den effekt schrölicher dorf wie hatte du kannst effekte machen ja Partikel wer akzeptiert denn das jetzt habe ich eh keine Zeit mehr ist ok ich habe eh keine Zeit mehr nein Meinst du dann mache ich für nein was ich übertreibs mal nicht das sieht doch schlimm aus ok meinst du ok ich bin nicht unzufrieden ich bin auch nicht unzufrieden ich habe aber kein Publikum ich habe auch kein Publikum ich habe nur eine Bühne und Jury ich habe Publikum und eine Jury und oh Leute ihr Menschen es gibt ja NPCs ich habe es vergessen ja flo tut aber nicht so aber egal ja das ist gut oder ja ja ich gebe mal ein ok für die Menschen na ich würde schon Legendary geben also schon wirklich gut gebaut also es gefällt mir wirklich ausgesprochenwürdig ich kann mir nicht vorstellen dass noch ein besseres kommt oh Leute oh das ist dein sohn ja ja Leute Tops Geburt oh Leute wo bin ich denn ja du bist ja links der mit dem Mikrofon und den großen Augen oh Leute das ist cool ey komm mal das kriegt echt legendär das ist das weiße hier frage ich mich persönlich ey es ist locker ey wie hat das gebaut hier von unserem Zuschauer ich bin das mal gespannt jetzt ey Anthony ja 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 wow was ist das big oh das ist nicht schlecht okay eine Rüstumständer aber da fehlen da fehlen mir die äh Menschen ich gebe mal ok ok ich gebe ok ja big hä was ist big 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 Aufnahme naja das ist doch kein G ne nicht was ist das also das ist doch kein G also ich sehe da kein G ich weiß nicht was das sein soll aber G ist es nicht oder besser welches ist ein E? wie? oh guck mal oh das ist gut das ist gut das ist wirklich gut das hat alles das ist warte das ist hundertprozentig Flo's ja das ist Mist Mist nein guck auf schon legendär nein warte kann ich noch umentscheiden ah super kaka nein es voten eh alle für dich du gewinnst so oder so deins ist so gut deins ist wirklich so gut das oh guck mal der hat ein Publikum das ist Flo was hat die Partikel bei mir vergessen geht trotzdem gut ja das gebe ich auch im Grund für ja aber deins wird also ohne Witz deins wird wirklich insanely gut schluckt ja komm komm zu du mich auch oh nein das ist Flo von Tobias Safer eigentlich war das ein Affenskin okay das ist okay er macht Musik schaut mal in DJ ja oh 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 stimmt da sind sogar Noten drüber das ist nicht aber da fehlt die Jury ja ich gebe ihm okay ja hab ich auch gegeben er hat ja eine richtige Bühne gebaut da kann man jetzt nicht kann man jetzt nichts schlechtes zu sagen oh guck mal da kann man richtig dahinter gehen nur ist da leider nichts mehr ich bin nur Sirene sonst ist alles okay bei dir Tops oder oh guck mal der hat ja aber der hat es leider leer es ist ja die Casting Show ja ganz ruhig ich gebe ihm okay ich gebe ihm okay ich gebe ihm okay ich gebe ihm okay eine Zähne eine Zähne Zähne immer Zähne putzen ist wichtig ja immer so Zähne putzen genau man muss seine Zähne putzen ich bin ein Verfechter des Zahnwohls äh ich gebe ein okay ich ich muss ganz ehrlich sagen es gefällt mir wirklich nicht so gut wie der ist also wenn mein Gesicht nicht dabei wäre dann wäre es ein Kacka es ist halt aus Holz ne hä ist doch allein wiegen dein Gesicht zu bock ja komm ich gebe Kacka weil es Schloßgesicht ist ja ich gebe ein Kacka weil es Schloßgesicht ist ich gebe ein Kacka weil es Schloßgesicht ist ich gebe ein Kacka weil es Schloßgesicht ist das soll Mensch sein und dann hat er für den Kopf das drauf gesetzt ja es gibt okay ich meine es gibt ja es ist ein realistischer Mensch absolut ab so hätte es ein bisschen trainiert vielleicht ein bisschen mehr so ja das ist vielleicht sein Supertalent vielleicht ist das das ist Holzmann nee das ist das ist der neue Avengers was oh das sieht gern aus warte kann man da was machen kann ich einen Schalter umlegen das sieht nix boah das sieht echt nice aus warte mal was steht nicht hier oben Flo Stimme, Ronja Stimme ja komm der kriegt Neepisch Julian Stimme der kriegt Neepisch das ist echt gut gebaut looool sieht echt gut aus ich gebe ein ich gebe ein gut ich gebe auch ein gut ich fand sie jetzt nicht so episch Valentin Heck Valentin Heck gute Arbeit Valentin Heck oh jetzt sehe ich jetzt habe ich erst das Konzept realisiert ok nevermind hä was ist das äh äh hier hat jemand einen langen Arm auf seinen Tisch gelegt und das ist jemand im Melonenanzug mit Afro der sagt ok keine Ahnung was das sein soll oh der drückt auf den Button er drückt auf den Button sage ich ja nur das links ist die Bühne oh ich habe vergessen zu voten ach ja toll ok ich bin hier irgendwo im Hörschungsgebuch ja ok also die Stühle sind mir ein bisschen zu groß muss ich ganz ehrlich sagen mhm 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 er kommt uns Tobias also das will ich sehen deswegen ihr kriegt noch kein ein bisschen zu groß ja super yum yum schön gemütlich hier ne it's englisch oh nein it's englisch it's Österreich ah warte Flo hat gar nicht gewonnen fünfter Platz oh ich bin fünfter vielleicht ich bin sechster wow ey war ich so schlecht nein deines war wirklich soo gut legit ich hätte deines am höchsten gewertet also habe ich dann aber nicht aber ich würde mal sagen neue Gruppe oder? alle gucken alle gucken ja das finde ich jetzt frech ne davor hast du gewonnen durch Schiebung also haben sich die Leute vielleicht gedacht sie voten jetzt nicht mehr für dich ja ja gut dann würde ich sagen war das eine erfolgreiche Runde und äh ihr könnt ja mal schreiben was ihr am besten fandet ich fand Flo ist wirklich gut also ohne Witz jetzt und danke sehr gerne ich fand dein Kirby gut dankeschön letzte Folge ja ich also Tops hä deins war auch da deins war richtig schön gut da also da das ist doch wirklich ein okay aus vollem Herzen ja was ich da gebe aber Leute ihr wisst ja Bescheid ein und hoch lassen sonst werde ich runter geworfen und Flo wird angespuckt also wenn die beiden also bitte lasst mir einen Daumen hoch da und ähm 10.000 Likes haben dann werde ich Flo ins Gesicht schubbern ahlalalalalalalalalalala mit dem Video blubber okay und dann äh nehmen wir vielleicht noch ein paar blubber Geräusche für euch auf mach ne ganze stell dir mal vor du würdest einfach 10 Minuten irgendwann hochladen einfach nur blubber Geräusche ja Minecraft blubber da ist nicht Minecraft blubber Minecraft blubber ist spannende Folge aber ja gut dann abonniert den Kanal damit ihr nichts mehr verpasst und macht's gut bis zum nächsten Mal ciao 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 ciao